Dass das klar ist, dass das eine Lüge ist. Dass alle? Ja, hier ist nichts runter versteckt. Ja, ich meine, sind hier noch mehr Druckplatten oder sind das alle? Das sind alle. Ich hab dir noch zwei Stacks Holz gegeben. Also ja, ich hab dir den anderen Stacks Holz im Tunnelbau verwendet. Dafür danke ich dir sehr. Wenn du es allerdings wieder haben möchtest, wenn ich noch was da hab, kannst du es gerne haben. 50 Blöcke hab ich noch. Oh, ein Villager-Zombie. Ja, sohn hatte ich vorhin auch. Ähm, jetzt ist da keiner mehr. Wir hätten ihn heilen können. Das ist so nervig, wenn dein Ohr juckt und du gerade angegriffen wärst. So. Ähm. Ja, also das mit den Druckplatten hast du ja jetzt gesehen. Ich wollte den Männer nicht hinsetzen, weil er muss es ja auch wiederum abbauen. Aber du nicht lange. Ja. Ja, aber es ist ein bisschen ätzend. Guck mal, geht doch relativ schnell hier. Ja, mit deiner Spitzhacke. Ja, hat doch auch so eine, oder? Ich weiß nicht, ob der auch so eine verzauert hat. Ja, bestimmt. Ja, stimmt. Ja. Ja, stimmt. Ja. 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 Da sind ja Druckplatten aus Stein. Die sieht man halt kaum. Ja, ne. Lass mal. Ich wollte es extra offensichtlich haben. Alter. Ja, wenn wir ab und zu hier so eine Steindruckplatte verstecken. Was wäre, wenn ich jetzt einfach mal auf der Druckplatte einfach mal TNT hinpflanzieren würde? Nein, wir tun ja extra TNT hin, weil das endet im Krieg. Das hatten wir schon öfters. Wollte einfach mal so ein bisschen Redstone irgendwo hin. Alter. Ohohoho. Ey, komm, das wird die Druckplatte schon asozial. War das? Was? Was machst du da jetzt? Ja, das Problem ist halt jetzt. Ne, ich wollte extra nichts von ihm so in die Riechen kaputt bauen. Jetzt nach unten zum Beispiel, ne? Weil, jetzt ist der Stein natürlich hin. Was ist da hin? Oder hast du den? Ich glaube, ich weiß, was mein Lebensziel ist. Achso, du hast ja doch deinen Angst. Was ist denn? Kripa töten, TNT, wir holen und uns da drunter platzieren. Neul. Ähm. Ne, Stefan. Du zerstörst das ganze Haus von allem. Ach, ich hab hier so viele Creeper, ne? Ja, also kann sein, dass ich das so gerade will. Zum Beispiel jetzt hier. Fehlen jetzt zwei Steinblöcke. Ja und? Die er jetzt quasi nicht hat. Wow. Ja, nachher kommst du zum Bahnhof bei mir und... Nachher kommst du zum Bahnhof und reißt mir, keine Ahnung, diese Quarzblöcke ab, die mega scheiße zu setzen sind. Und sag dann ja, weil ich bei ihm auch welche weggebracht habe. Dabei war ich's doch nicht mal. Nein, 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 nein. Alles was hier passiert, das baut auf mir jetzt auf. Alles wird jetzt auf mir aufgebaut, das ist jetzt klar. Ja. War deine Idee. Ja komm, lass mal die Steine da wieder rein. Nein, nein, lass die Steine, lass das so. Ich krieg da richtig Steine, wenn da irgendwo Wetzlar hingeht. Ja, aber doch nicht sitzen da unten und nur Risskopf machen. Wie gesagt, am Bahnhof werden nachher Blöcke weg sein. Nein, 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 nein. Vertraue mir. Vertraue mir. Und gib mir das Wetzlar zurück. Nö, nö. Oh ne, nicht diese Mini-Zombies, ich hasse die. Ach scheiße. Willst du noch ein paar Steine für Druckplatten? Ich hab ganz viele Steine. Ähm. Falls du echt wirklich viele Druckplatten brauchst hier. Ne, lass mal, ich will's nicht übertreiben. Ja, hier. Kannst du noch ein paar verteilen. Ja, das sind zwei Todespunkte. Eigentlich wollte ich ja eigentlich mal in die Höhle gehen, ne. Fürs Mini. Fürs Mini. Im Pferdestall, Alter. Dieses gelbe Haus ist so hässlich. Vor allem von Christian aus gesehen. Ach du kannst das Ding sehen? Ja. Ja. Der Render ist sonst auch viel in 20. Na gut, im Shader sehe ich das gerade eher schlicht. Ja, okay. Aber man sieht halt einfach nur so ne gelbe Wand. Ähm, kann das sein, dass das gelbe Haus brennt? Ja, ja. Wieso brennt es? Es brennt halt. Wie sieht es hier eigentlich mit der Strecke zum Villager aus? Ich habe damit angefangen. Wie weit bist du gekommen? Ich muss die Schräge noch nach unten, also die Decke dort noch bauen. Und ansonsten ist unten bis auf ein bisschen Wolle unter die Gleise. Es ist soweit vorbereitet. Ich glaube, ich werde gleich vielleicht gehen. Wollte noch ein bisschen Rainbow spielen. Okay. Ja, die Feuerwehr hat gehofen. Wie bitte? Und warum? Ich habe da schon mal so eine Kirche gesehen. Okay. Warum auch immer das jetzt so ist. So, ich bin dann mal weg. Ciao. Tschüss. Jo, ciao. Ähm. Hast du das Schild dahin gesetzt? An eine Treppe? Welches Schild? Was ist das Schild? Oh, es ist das Schild. Oh, ich würde mich auf dem Loch nicht reinfallen. Warum? Warum? Weil ich darauf hinweisen wollte, dass es so ein gefährliches Loch ist. Aber wieso fehlt da ein Block? Das weiß ich nicht. So, jetzt fehlt der Block nicht mehr. Wunder schön, existiert jetzt auch nicht mehr. Jetzt kann ich mich dem brennenden Haus widmen Ah, fuck Was macht ein Creeper hier auf dem Banos-Vorplatz? Der wo ist? Au, au, au Dass die im letzten Moment sich einfach nochmal wegdrehen müssen, ne? Ja, die Creeper So in andere Richtung einschlagen, Alter, ja Ja, okay Alter, wieso brennt das ganze Haus? Es ist ja cool, dass ich vorher nicht ausbreiten kann, weil wir es extra ausgestellt haben Aber warum? Oh Mann, nee Das komme ich hier natürlich nicht raus Fail Die Feuerwehr im Einsatz Rettet das gelbe Haus Das gelbe Haus ist nicht mehr zu retten Gib es einfach auf Reiß es lieber ab Es werden eventuell Umbauarbeiten stattfinden Lass es einfach brennen Nein Ich meine, allein die Blockwahl haben das schon zum Scheitern verurteilt Gelbe Wolle Nein Köcke Ich habe vergessen, dass da noch der weiße Block im Weg ist Ich habe vergessen, dass da noch der weiße Block im Weg ist Ich habe doch schon irgendwie weg So, jetzt dürfte es eigentlich nicht mal brennen Okay Alles perfekt Ich konnte es retten So, wo sind jetzt die Steinböcke gelandet So, wo sind jetzt die Steinböcke gelandet So, wo sind jetzt die Steinböcke gelandet Das hört sich immer noch daran an, als wenn es brennen würde Dreckswasser Ich bin gerade bei Leons Lager und versuche irgendwie da reinzukommen, aber ich finde irgendwie keinen Eingang Moment, ich komme gleich mit Moment, ich komme gleich mit Weißt du, wo es da rein geht? Ich entleer erstmal Ich entleer erstmal Ich entleer erstmal Ne, ich entleer erstmal mein Inventar, dann komme ich mit Okay So, die Steine noch weg Wieder gewittert Hey Sonne Das wäre das kürzeste Gewitter aller Zeiten das ist ein spruce wird für die baumart in deutsch pichte ja schon wieder die normale und die andere ist eichen ja so das ist auch eine stimme landwirtschaft ist da rein kleinkram muss kein kleinkram nahrung ist hier hinten das muss weg das muss weg ich bin hier einfach mal ein lager ist ziemlich zurecht das ist so scheiße ja klar in der letzten kiste die ich suche ist die lila eine wolle klar habe ich kram drinnen wo mobs zeug drin ist irgendwo hatte ich das liegs einfach nur mit hier rein so die schere sollte schlauerweise zur wolle irgendwo hin ja ich habe ja noch die drei blockarten noch und die erde alter was habe ich alles dabei so ich komme mal rüber ok wo hat er gebaut im norden auf dem berg ok dann komme ich erstmal zur kirche rüber ach ja die kirche habe ich auch noch nicht gezeigt in der aufnahme oh wieder schon unten so 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 da sind wir ja an der kirche ich zeig noch ganz kurz die kirche einmal passt nämlich so schön im dunkeln mit dem friedhof den wir hier haben eigentlich müssten wir den friedhof sogar jetzt aufbauen für unsere leute die uns verlassen haben am anfang war das wort und danach kam noch ein wort und diese wörter für den ersten und kürzesten satz der welt es regnet und wie fall ist meine predigt amen einfach nur geil vor allem mit der musik alter unbeschreiblich was für musik es hat grad so gepasst es ist so eine traurige musik ich laufe hier immer ich komme hier reingelaufen so schön ja wir müssen ja den friedhof für unsere gefallenen leute einrichten die rausgegangen sind komm in die kirche seh dich da am anfang war ein wort zu so einer richtig schönen depressiven musik alter einfach nur wunderschön hast du gerade schilder dabei was habe ich schilder schilder nein aber willst du ein schild ach für die leute ja apau moment ich kümmere mich gerade um die seele von einem von den leuten so jetzt gibt es keine mehr ach so du hast genügend holz zu schildern ja nimm dir ja super danke ich danke dir hast du keine axt dabei nein so ähm fangen wir mal hier an eigentlich müssten wir auch ähm für jeden der hier stirbt einfach mal ein graben machen das wäre auch lustig so hat der seinen namen immer so geschrieben gehabt der isi wo bist du denn ja ich komme nicht mehr rein ah hier so wie war nochmal isis name ausgeschrieben und wir meinen können itzi bril itzi mit doppel z mit einem z glaube ich und dann nur das t war groß ne ich weiß es gar nicht weiß es nicht ja dann lassen wir es erstmal so ähm ich kratle auf seinem Grab ja super jetzt hast du es kaputt gemacht ähm dann hätten wir einmal den dann kann man Blumen auf Fadenland machen dann kann man Blumen auf Fadenland machen dann kann man Blumen auf Fadenland machen warte mal ihm so anders geschrieben ich finde es schade dass man Schilder nicht ändern kann wenn sie geschrieben wurde so eben hätten wir da noch wer war noch dabei der Schweizer äh rechtswerk ja nur das B war groß ne ja waren da noch mehr Leute Alex ist irgendwie nicht mehr da Clemens hast du nochmal zwei Schilder ja natürlich yeah so er die 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 So wurde er geschrieben, benannt. Ist das ne Pistole? Ja, die gibt's am Topp. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Äh, ja. Ach so, darfst du ruhen doch. So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Die Achterwanne geht so ab. Die Stänze mit der Gänse. Ähm. Klapp mich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. 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 Untertitelung. BR 2018